Es war schon irgendwie ein blödes Gefühl, Paolo jetzt zu sagen, was passiert ist. Hier wird ja auch manches vielleicht ein bisschen überdramatisiert. Okay, was lief? Wir haben so ein Spiel gespielt. Wen hast du geküsst? Ähm, ich musste Patti küssen. Und Kevin musste alle Frauen küssen. Und sowas war das Spiel. Okay. Es ist nicht geil, sowas zu hören, wenn eine Partnerin hier drin andere Typen küsst. Ich glaube, der Bruder war nicht so zufrieden damit. Ja, nee, was soll man machen? Das ist halt das Spiel. Es war ein Kuss, ganz normaler Kuss. Ähm, ja. Ja, was soll ich machen? Haben die rumgelegt oder nicht? Haben die rumgelegt oder nicht? Muss ich selber rausholen. Für mich wäre schlimm, wenn das ein längerer Kuss wäre, auch mit Zunge. Warte mal, was hat sie denn gesagt? Was hat sie mal ganz kurz? Oder ihr, ja, nein, ist gut. Kev, lass ich mal bitte kurz einmal mit dir reden, nur ganz kurz. Ich habe wirklich an nichts gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass nichts passiert. Aber nein. Es ist doch gar nichts passiert. Ja, ihr habt euch geküsst. Ja, aber was soll ich machen? Wenn Kev die im Stein zieht, küsse alle Frauen, soll ich dann sagen, nee, ich mache nicht mit? Ich habe mir gedacht, so, warum gibt es überhaupt ein Problem? Hast du mir die rumgelegt oder nicht? Ohne Zunge. Komm mal her. Und bei Paddy war es so, komm her. So, okay? Okay. Und bei Kev war genau dasselbe. Okay. Kevin, ich habe nicht mit Zunge, das war nur ein Bussi. Wenn du dabei bleibst. Ja. Wenn Lisa mit Zunge geküsst hätte, das hätte mich genervt. Ja, wenn es einfach nur so war, dann ist ja alles gut. Ich habe dich vermissen. Ich habe dich auch vermissen.